Und da ist er wieder. Willkommen zu einem weiteren Valorant Video. Wir schließen die Sammlung ab und schauen uns zu guter Letzt noch die Spielerkarten an. Es gibt auch noch Titel, aber die werde ich jetzt nicht im Speziellen irgendwie zeigen. Also nur ganz kurz hier. Das sind alle Titel, die man sich dann da eintragen lassen kann. Die spielt man Stück für Stück frei, so wie alles. Ja, ihr habt es gesehen. Also die Videos sind ja hauptsächlich für die, die da nicht einfach selbst durchscrollen können. Also sprich, die diese Spiele nicht haben. Ja, aber dennoch denke ich, dass das reicht. Ich muss da jetzt nicht irgendwie alles vorlesen. Die Karten wiederum können wir uns gerne komplett durchgucken. Also wir haben ja einmal natürlich die Alarmstufe Rot. Ich glaube, das ist die Karte, die man von Anfang an am Start hat. A.K.A. Valorant Karte. Dann den Baum. Den Baum habe ich, glaube ich, zuallererst gehabt. Der Baum war es, glaube ich. Und der gefällt mir auch direkt besser als diese Karte. Dann gibt es ja noch das Allwissende Auge, Buntglas. Danach kommt die Heaven-Formation. Ja, auf der Map, wenn man vor dieser Formation steht, das sieht ziemlich sweet aus. Keine Sorge, die Maps werden natürlich auch vorgestellt. Das halt einfach die, und das sage ich jetzt hier auch nur einmal, also den Sinn praktisch ganz kurz hinter diesen Videos, warum ich so ins Detail gehe, dass alle die, die das Spiel nicht spielen können, trotzdem so viele Informationen haben wie nur möglich. Denn ich kann mir gut vorstellen, wie es eben ist, andere Spielen zu sehen und selbst nicht reindümpeln zu können und sich das alles nicht anschauen zu können. Man weiß genau, man wird das Spiel. Und ich denke, es ist das Beste, wenn man einfach schon mal so einen kleinen Überblick hatte. Weiter im Text. Dann haben wir hier die Spielerkarte, die ich vorhin freigeschaltet habe, als ich auch diesen Charakter, beziehungsweise diese Agentin freigeschaltet habe. Des Weiteren gibt es hier die Radianit-Explosion. Sehr schön, sehr schön. Bis jetzt, glaube ich, die schickste Karte. Die wähle ich auch mal direkt aus. Zack. Dann gibt es, ja, hier nochmal so eine rote. Ist jetzt nicht zwingend meins. Die schwarze Dämmerung. Die Skybox. Ja, naja, wieder eine rote. Als nächstes V-Protokoll. Also diese rot-schwarzen gefallen mir überhaupt nicht. Dann kommen jetzt hier einige mit den Agenten drauf. Da sollte einem natürlich auch der Agent dazu gefallen. Da gehen wir jetzt, denke ich, auch recht fix durch. Das ist jetzt alles nicht so sweet. Sie sieht ganz, ganz schick aus. Naja, okay. Jetzt geht es hier wieder weiter mit dem Knife. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, bei den Graffitis. Dann haben wir noch den Kaffee. Das ist ganz sweet, wobei ich kein Kaffeetrinker bin, aber trotzdem vor allem, weil da auch ein AWP im Hintergrund hängt. Beziehungsweise eben die fette Snipe hier aus Valorant. Dann das Kampfmesser. Ich habe übrigens noch keinen Knifekill gemacht. Ich habe aber noch keinen gesehen, der einen Knifekill gemacht hat. Nur einen, der es versucht hat. Ja, Kingdom aka, die zwei Pistolettis. Hier wieder, lass den Himmel leuchten, der alte Gauner. Also damit könnte man mich vielleicht breitschlagen, aber ja. Naja, komm. Ja, auch nicht schlecht. Hier wieder dieses Teil, das mir insgesamt bis jetzt auf keinem der einzelnen Dinge so ganz gefallen hat. Das hier sieht richtig nice aus. Man sieht zwar auch diesen Anhänger, aber trotzdem sieht diese Karte sehr nice aus. Ja, Racemaster könnte man sich nehmen. Ja, könnte man sich tatsächlich nehmen. Ich habe es noch nicht freigeschaltet. So war, nein, gefällt mir nicht. Der hier, ja, nö. Äh, der Tüftler. Mhm. Das, das hat irgendwie was. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten beiden. Und zwar einmal zur Viper im Laborkittel. Ja, sieht ganz cool aus. Und zur Viper in der Ulti, während sie sie ausfährt sozusagen. Ich werde auf jeden Fall das Teil hier spielen. Denn das gefällt mir, glaube ich, von denen, die ich habe, am besten. Ja, ja, das ist es. Das ist es. Soweit, so gut. Ich werde meine Aufnahmesession für heute dann erstmal wieder stilllegen. Ich werde dann morgen weitermachen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und natürlich hoffe ich, dass es vor allem den so ein bisschen den Schmerz nimmt, die jetzt halt leider noch keinen Zugang haben und warten müssen. So könnt ihr immerhin wirklich im Businessdetail so ein bisschen die ganze Sache anschauen. Die ganze Sache so im Auge behalten. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Macht's gut. Ciao, ciao.